NOOOOO! Hey! Ich hab ja mit was geworfen, ey. Ja. Oder hat der irgendwie nur dagegen geschlagen? Irgendwie was. Bisschen merkwürdig. Muni, ne? Ah, Muni ist gut. Kompakt Munition kann nicht aufgenommen werden, okay. Oh, der ist hier wieder. Ui! Ui! Ich weiss nur nicht genau, wo man da reinkommt. Hm. Alter, hast du nicht... Oh, wir werden beschossen. Ach, du Scheiße. Mich eben gewundert, warum du auf einmal blutest. Ja. Ich mich auch. So. Ui! So, dass die hier schon wieder auf dem Dach hochklettern, oder so? Nee, die sind unten hier unten. Ich habe gerade Krähen hochfliegen sehen. Hm. Ja, ich sehe sie. Wir rennen drinnen rum. Wie hier in dem Gebäude? Äh, auf jeden Fall auf dem Gelände. Ja. Ja. Vielen Dank. ist gerade kann mehr ich glaube die bekämpfen denn da drin das kann sein wollen wir dann auch rein ich bin am überlegen ich habe so eine fette dynamitstange das ist die ganz große ich gucke mal ich glaube ich werf hier mal was rein so ein nächster rein erwischt auch sehr gut so noch einer draußen oder er hat mich erwischt ist drin aber ich habe ihn auch erwischt sollten die beide tot sein eigentlich sie hat euch gegenseitig erschossen ja ich hatte diese brandquatsch diese bombe geworfen und die ist dann nachdem er mich erschossen hat explodiert ab hier liegt einer den hatte ich erschossen Okay. Ja, der Schweine runter. hat mich erwischt. Also jedenfalls unser Assassine. So, Plotung ist gestoppt. Spritze setzen. Ja, ich hab dich erwischt. Ah, ok. Soll ich Lotto stoppen? Ah, ich hoffe, Plotung ist gestoppt. Oh Gott, ich stirbst, sonst renn lieber erstmal raus und feinlich. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich muss immer gucken, wenn jetzt keiner kommt, hab ich leider noch mal Glück. Nochmal und dann kann ich dich gleich wiederbeleben. Ja. Geh mal auf Pistole. Ich wollte schon den Gegner wiederbeleben. So gut, dass das nicht geht. Danke. Jo, bitte. Wo ist er denn jetzt in Lümmel? Zeiglich. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel Leben. Hm. Ich kann nochmal nachladen. Ich bin aber auch richtig schlau hier alles wieder in Brand gesetzt. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich falle immer runter und dann kletter ich die Leiter wieder hoch. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Unser Blutung stoppen. Ich verbanne ihn mal. Mann, 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 ey. Das war ja hart. Das war ich eben mit der Kette. Ich muss mal gucken. Das ist scheiße. Da sehe ich nichts. Das war ja. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Tja mal gucken, vielleicht klappt es ja... Ja, das wäre super. Ausgang ist auf jeden Fall nah. Ah, das ist doch besser. Gegner gekillt und Assassine, äh... Besser geht's doch nicht. Ja. Aber es müssen doch zwei gewesen sein, ne? Ja, zwei Stück, ja. Ui, 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 noch 62, 63. Hmmmm... Soh, 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 soh. Bis jetzt scheint sich noch keiner so richtig für uns zu interessieren, habe ich das Gefühl. Oh, ich glaube, die Tür geht auf irgendwo, oder? Ich habe noch nichts gehört. Könnte aber auch von der Verbannung sein, das Geräusch. Oh, es geht los. Ich sehe auch nicht, ich sehe gut aus. Ich sehe, ist der Ausgang ja fast da, wo der Eingang ist. Ich sehe immer noch keinen vor uns. So, Sekunden sind bei mir rum. Nein, ich habe noch drei. Ah, sehr gut. Ne, ist keiner in der Armee, Geräusch. Oh, prima. Prima Ballerina. Und raus, sehr gut. Ja, zwei super Runden. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020